Joe zusammen und willkommen zurück zu Portugal Nights. Mal wieder reingeschaut 2020. Ja, so viel hat sich ja nicht getan. Ich habe da einige Updates wohl verpasst, aber es macht halt schon Laune das Ganze. Es macht schon ein bisschen süchtig. Man will umbauen, man will dieses, man will jenes. Jetzt muss ich mal irgendwo mein Haus suchen. Wo ist das denn? Eigentlich wollte ich diesen Hügel wegmachen. Ich hätte es eben lustig gefunden, wenn wir den Startpunkt, also wo man dann erscheint, auch wenn Besucher kommen und so, wenn man den zubauen würde. Das wäre echt lustig, weil es joinen ja nach wie vor immer wieder ein paar Leute und das wäre natürlich voll witzig. Aber hier müsste ich mega viel umbauen und ich weiss, es gibt eine Welt, wo flach ist. Also da bauen ja auch die meisten. Es ist irgendwie so wie ein Flachland. Sieht auch so ähnlich aus wie hier, hat aber glaube ich keine Bäume. Aber ich weiss nicht, wann die kommt. Und das wäre natürlich, das wäre mega witzig. Da könnte man ganz cooles Zeug bauen. Hallo Janine. So, ich muss jetzt mal kurz schauen. Jetzt haben wir ja in der letzten Folge einiges gesammelt, was wir da alles herstellen können. Und vor allen Dingen muss ich mal schauen, wegen vielleicht einer Kiste. Den Amboss habe ich jetzt hier hingestellt. Ich glaube, den habe ich auf Screen sogar gecraftet. Die Truhe, was brauche ich da? Da brauche ich Eisen. Es gibt doch noch eine andere Truhe, oder nicht? Die Waldläuferstation, die würde ich wahnsinnig gerne bauen. Und ich weiss gerade, wir haben hier nämlich noch Wolle. Und kriegen wir das tatsächlich gleich mal noch hin. Und wie ihr sehen könnt, habe ich ja den Skin auch ein bisschen verändert. Also ich konnte da schon was craften. Zwar noch nicht das Gesamtpaket, aber ich konnte was craften. Deswegen sieht der da so ein bisschen, oder sie, anders aus als in der letzten Folge. Also, wir hätten gerne, ich muss zur Werkbank, die Waldläuferstation, Werkbank, hier herstellen. Quest abgeschlafen. Ich habe sie irgendwie ausgeblendet bei mir. Ach, wie ging das jetzt? So, hier. Ähm, da. Stellen wir die hin. Und wir die so hier herstellen. Können wir jetzt da herstellen? Bergbank, Ambus, können wir auch Mambus noch? Ach, hier. Da fehlen jetzt noch diese Knochen, genau. Das wäre jetzt das Set, was ich da am Herstellen bin. Da fehlen mir jetzt eben die Beine und Brust. Aber dazu brauche ich Knochen. Habe ich nicht. Jetzt baue ich die mal hier noch kurz ab. Ich bin jetzt gerade echt am überlegen, wie ich da zu dieser Welt gekommen bin, wo eben so flach wäre, damit wir da auch bald möglichst vielleicht anfangen könnten zu bauen. Oder wollen wir das hier machen? Ich weiss gar nicht. Ich bin ein bisschen unschlüssig. Hier ist halt gut, weil wir da Bäume haben. Und ich bin der Meinung, da hat es keine. Das ist wirklich einfach flach. Ist halt dann ein bisschen öde. What? Nee. Wie cool. Hasi. Scheiße, das war ich nicht. Hätten wir Hasi herstellen können. Ein Hasi. Ich brauche unbedingt irgendwie... Ich war der Meinung, wir konnten noch eine andere Truhe herstellen. Finde ich das jetzt einfach nicht. Truhe 2. Und es gab doch noch hier, Martha. Oh, wir können alchemitisch. Das brauchen wir. Einpacken. Ich bin alchemitisch für Experimente. Cool. Also, Moment. Eben, ich war der Meinung, dass wir eigentlich eine andere Truhe hier... Holz. Ja, eben. Das hätte mich jetzt... Hätte aber natürlich sein können, dass sich das geändert hat. Also, von daher... Ich habe ja auch lange nicht mehr gespielt. Dass man jetzt plötzlich Eisen benötigt. Weil ich glaube, ich habe es ja gesagt, noch in der ersten Folge, das Erz... Kupfererz, dass man das dann auch für Truhen und so verwenden kann. Weil wenn wir dann wirklich anfangen zu bauen... Wir könnten zwar auch so ein Haus in den Hügel reinbauen. Das wäre auch eine Möglichkeit. So, dich nehme ich noch mit. Dann sollten wir jetzt eine Truhe kraften können. Ja, ja, ich weiß, dass du eine Quest hättest. So. Also, Werkbank. Oh, Schmelzofen brauchen wir... Oh, wir brauchen zu viel. Truhe. Erstmal eine Truhe. Wollen wir gleich zwei hier erstellen. So, und ein Skizziertisch. Es ist eben gut, haben wir so viel eigentlich Kupfererz gesammelt. Und ihr seht, es lohnt sich schon nach der ersten Insel mit dem Kupfer, wenn ihr da einiges mitnehmt, könnt ihr schon sehr, sehr viel craften. Altar. Wir brauchen alles. Nehmen wir da auch mit. Ziehen wir das unten in die Leiste. Jetzt, Moment. Also, das da müssen wir hinstellen. Das da und das da. Natürlich die Truhen, damit wir unsere Sachen verstauen können. Die Truhen möchte ich eigentlich gerne hier hinstellen. Einmal. Zweimal. Dann haben wir den Altar, oder was das ist, ja. So. Skizziertisch. Hier hin. Und den Ofen machen wir draußen, ne. So. Könnte ich doch. Auch immer wieder gerade schauen. Ah, okay. Wir können hier noch Portalstein herstellen. Schmelzofen. Dachziegelblock. Ich konnte doch Barren herstellen. Wo war denn das? Hier. Kupferbarren. Kohle. Kupfererz. Kupfererz. Soll ich mal ein paar herstellen. Und dann werden wir das Inventar mal ein bisschen leer machen, bevor wir dann wieder auf eine weitere Insel gehen. Speerhandschuhe könnte ich theoretisch verkaufen. Die Lore. Warte mal. Mache ich jetzt in die Truhe. Ersatzbogen. Vielleicht auch ein schlecht. Goldplattenblock. 100 Stück. Meine Güte. Das wäre auch cool. Erdblock kann ich nullfalls wegwerfen. Hier sind Sachen für Magier. Können ich sicher irgendwo dann verkaufen. Kohle. Holzblock. Auch immer zum Bauen dann gut. Ruinenstein. Können wir auch irgendwo dann abbauen. Jetzt ziehe ich hier schon mal die Setzlinge wieder in die Leiste. Das ist das, was wir hier auf der Insel anbauen können. Nicht, dass wir plötzlich keine Bäumchen mehr haben. Das Wasser. Kupfererz. Schwacher Heiltrank. Den lassen wir. Also wichtig. Ich habe es ja euch schon gesagt. Pflanzt immer wieder Sachen an, die ihr hier abbaut. Also die kommen nicht einfach wieder. Sondern die müsst ihr selbst wieder setzen. Deswegen kriegt ihr auch diese Setzlinge raus. Ähm, hier. Mache ich jetzt mal hier unten. Megaviel. Hier gibt es eine Plantage. Und hier Frühlingsbaumsetzling. Ich weiß nicht, ob der kommt hier auf diesen kleinen. Könnte sein, dass die nicht kommen. Da habe ich noch Weizen. Jetzt habe ich mir eben überlegt, ob wir hier in diesem Berg etwas haben. Nicht in diesem, Warte. Okay, theoretisch könnten wir natürlich schon hier in diesen Berg was reinbauen. Wir können ja alles wegnehmen und irgendwie platzieren. Oder hier, so in diesen Hügel rein. Dass ich das hier ausplaniere, ja hier. Machen wir einen schönen Boden und machen wir eigentlich hier ein Haus rein. Das wäre eine Möglichkeit. Oder wo haben wir noch was Schönes? Das wäre doch eine Idee. So eine Höhle. Weil das wäre dann auch hier gleich in der Nähe, ne? Ein Portal. Aber da muss ich dann ziemlich viel abbauen. Könnte man dann hier so irgendwo einen Eingang machen, wenn man dann so rein geht. Oder? Ich nehme das mal weg. Also da muss ich dann einiges noch hinstellen. Aber es wäre dann so ein bisschen versteckt und innen mega groß und schön. Wäre doch cool. Machen wir drei hoch. Dass das da hier jetzt der Eingang wäre. Ich mag kurz schauen, dass der Hintergrundgeräusch ist. Natürlich, hier könnte es anders sein. Mein Hund. Den seht ihr übrigens im Vlog vom Sonntag. Mein Wort zum Sonntag, den ersten. Vlog. Der macht hier gerade also Erdblock. Müsste ich jetzt dann auch gucken, ob man da auch Gras wächst mit der Zeit. Weil das wäre natürlich schon ähm... Ah ja, doch. Okay. Alles klar. Damit man das gar nicht so sieht, dass das da ein Eingang werden soll. So. So. Dann wäre das fast wie eine Höhle. Ja, das wäre doch was. Grabe ich mich dann irgendwie da durch. Voll natürliche Behausung. Irgendwo können wir dann Fackeln herstellen oder ich klaue die irgendwo zusammen. Boah, weißt du, was es zu tun gibt, das auszuhösen? Meine Güte. Ich werde mich mal durchgraben bis auf die andere Seite wahrscheinlich. Boah. Das wird echt mega viel. Aber ich glaube, das könnte cool werden. Weil ich würde schon gerne nicht das Haus nehmen, was hier vorgegeben ist. Wäre natürlich auch schön. Ich möchte schon gerne was selber bauen. Ne, irgendwie. Ich weiß noch, das letzte Mal, wir hatten da echt so einen geheimen Keller gebaut bis in den Untergrund. Meistens sind ja hier unter diesen Inseln sind da riesige Höhlen-Systeme. Und da haben wir uns dann runtergebaut. Im Haus gab es so eine Geheimtüte, so einen Geheimgang. Und dann kam man da unten in dieses riesige, riesige Höhlen-System rein. Das war echt cool. Ich brauche Facken. Ich brauche Facken. Das werden wir gleich mal machen. So, ich nehme da noch ein bisschen was weg. Dann geht's los. Jetzt habe ich hoffentlich ein wenig Platz im Inventar. Ja, ja. Jetzt kann ich hier mit der Karte nämlich hier, staubige Kreuzung, Finkenfort. Das war jetzt das, was wir noch nicht waren. Jetzt kann ich hier, glaube ich, direkt hinreisen. Schauen wir uns noch an. Finkenfort. Da sollten meiner Meinung nach auch diese Geschäfte sein. Habe ich euch ja auch erzählt, das ist wirklich so wie eine kleine Stadt fast ist oder ein Dorf, wo viele NPCs stehen. Da könnt ihr Sachen kaufen. Da könnt ihr dann auch euer erspieltes Geld hier ausgeben. Das ist doch da, oder? Doch, doch. Seht ihr? Ja, eine Burg. Und überall, wo diese Einkaufstüten sind, könnt ihr eben Sachen kaufen. Das schauen wir uns jetzt nämlich noch kurz an. Guten Tag. Und hier war es nämlich auch, wo ich einen NPC mal geklaut habe. Den habe ich dann bei mir hingestellt, damit ich eben Sachen, die ich da von meinen Streifzügen mitgebracht habe, konnte ich dann gleich bei mir auf der Insel verkaufen. So, Kipling. Ich habe seit Ewigkeiten nicht mehr richtig geschlafen. Ging mir besser, als ich alleine war. Aha. Und der bietet jetzt hier diverse Sachen. Also wie ihr seht, wir haben jetzt 68, was ist das? Gold oder wie auch immer. Und könnten jetzt da langes Steingelände, also wirklich coole Sachen kaufen. Hier, runder Grabstein. Also was das Herz begehrt. Und bei ihm kann ich auch verkaufen. Zum Beispiel die Sperrkappe verkaufe ich. Steinblöcke brauche ich nicht, kann ich sagen. Da könnte ich, glaube ich, Heiltränke machen. Weizen. Also ich kann dann anfangen, um es kurz zu fassen, ich kann zum Beispiel anfangen, Sachen bei mir anzupflanzen. Da werden wir noch diverse Sachen finden, die dann auch bei uns wachsen werden. Wächst nicht alles auf der Heimatinsel. Und kann die dann zum Beispiel bei ihm verkaufen gehen. So komme ich auch zu Geld. Hier, das ist zum Beispiel für die Mage hier. Zauberstab verkaufen. Verkaufen. Komm schon. Ich kann das ja nicht verwenden. Ich habe sogar eine Fakku, sehe ich gerade. Sonnen-U. Das ist so cool. Kann ich das da mitnehmen? Ich möchte die... Hehehe. Wasserspeier. Jetzt habe ich den geklaut. Also da passiert auch nichts. Sie können da wirklich beruhigt. Oh ja. Ich will auch sowas bauen. So eine creepy Höhle. Da ist der Nächste. Unglaublich viel Drama um das Finken fort im Moment. Du hast ja keine Ahnung. Aber... Äh? Aber ihm kann ich jetzt meinen Charakter ändern. Kostet aber. Mal gucken, was der so im Angebot hat. Was ich mitnehmen könnte. Alles klar. Zum Teil hat es dann auch hier versteckte Truhen. Also da lohnt es sich schon so ein bisschen mal schauen zu gehen. Hallo. Was warst du? Ich brauche noch eine Fackel. Dankeschön. Wenn ihr Sachen abbaut, die ihr nicht abbauen wolltet, bin ich der Meinung und schreibt es mir in den Kommentaren, wenn das jetzt nicht stimmt. Aber ich glaube, dass man nämlich die Insel auch zurücksetzen kann. Also wenn ich jetzt hier irgendwie was machen würde, wo... Ich sage auch Scheiße. Hätte ich nicht tun sollen oder eben abbauen und weiss nicht was. Glaube ich, konnte man das zurücksetzen. Müsste ich dann aber auch mal genau schauen. Also diese Möglichkeit steht. Ah, der hat noch eine Badewanne. Krass. Ne, 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 mit. Bauen wir auch ein Badezimmer. Der braucht das ja nicht. Steht die nur da. Ups. Wiedersehen. Und wir können hier abstürzen. Also das wäre schon eine Insel, wo es sich lohnt, wenn man oft hier ist, gerade zum Verkaufen, ein bisschen ausbauen, weil die hat es echt in sich. Also da bin ich auch schon einige Male abgestürzt, weil ich schnell, schnell was holen wollte oder kaufen wollte und dann bin ich runtergefallen. Vielleicht war das aber auch die Strafe dafür, dass ich Sachen klaue. So wie jetzt. Und dann gab es hier noch irgendwie so ein NPC, wo man noch Kleider kaufen konnte. Ich kann hier Sachen in meinem Garten anbauen, ohne Angst haben zu müssen, dass ich dabei gefressen werde. Die hat alles zum, ein Abfluss. Dieser Abfluss lässt überschüssiges Wasser abfließen. Ah, ne. Wasserpumpe. Pump für eine kurze Dauer einen Schwall an Wasser. Ach, das ist ja cool. grosser Blumentopf. Aha, okay. Kippling, bei dir war nur. Wenn du was brauchst, schau als erstes bei mir vorbei. Wir sind ja da. Buch, kleine Kerze. Was sind das? Mama Queen. Das ist ja cool. Fahnen. Das ist ja cool. Also hier auf jeden Fall. Also die Insel habt ihr im Schwick freigespielt. Mal kurz vorbeischauen. Könnt ihr, wisst ihr auch, woraufhin ihr arbeiten möchtet? Oder könnt. Um an Geld zu kommen. Ah, wo bin ich? Und eben die orangenen Zeichen, die haben euch Quests, die ihr hier absolvieren könnt. Donella. Und wo waren noch diese Schotztruhen? Ja, ja, ja. Was ist denn hier? Oh. Oh. Ja. Cool. Jetzt habe ich wieder Knochen. Kann ich meine Rüstung weiterbauen? Wie komme ich jetzt hier hoch? Oh. Hatte ich jetzt nicht... Ich habe doch eine Fakul geklaut. So. Ich darf nicht runterfallen. Ja, lass mich. Ich mag jetzt nicht. Hallo? Hallo? Shelton. Wenn jemand fragt, wo du den Kram her hast, sag, du hast es gefunden. Handeln. Oh. Minibombe, Sprengbombe, TNT-Rakete. Okay. Cool. Der scheint nicht so ganz legales Zeug zu verkaufen, aber gut zu wissen. Komm mit. Ich kann jetzt den zum Beispiel mitnehmen und kann ich den bei mir auf meiner Welt aufstellen, wenn ich das möchte. Das ist so ein geheimer Dealer. Möchte wieder weg. Komm schon. Lass uns hoch springen. Und ich möchte dich da rüber. Ich glaube, das schaffe ich nicht, den Sprung, ne? Oder? Oh. Knapp. Wir sind wieder bei der Ausgangsposition. Aber auch hier, also lohnt es sich natürlich, die NPCs zu killen und dann hat es, ich glaube, andere Truhen hat es auch irgendwie oben. Da, wo, glaube ich, der eine NPC ganz oben steht. Ich glaube, da war auch noch eine Truhe. Nicht so eine, wie wir jetzt gefunden haben, sondern ganz, also eine normale. Das ist auch irgendwie so eine Gewölbe. Also es lohnt sich auf jeden Fall immer wieder, die Maps gut anzuschauen, eben genau für solche Funde und auch zu graben. Also ihr könnt auch wirklich an einigen Stellen, wenn ihr da Löcher grabt, irgendwo werdet ihr in ein umträgerisches Höhlensystem oder in eine riesige Höhle kommen. Das ist auch immer interessant. Also da ist mega, mega viel zu entdecken. So. Genug gequatscht. Jetzt haben wir Finken fort kennengelernt. Und ich würde jetzt nämlich gerne zurück meine geklauten Sachen verstauen. Und dann muss ich da irgendwie weitergeraten. es wird einiges zu tun geben. Wenn ich das so bauen möchte, wie ich mir das vorstelle. Aber das macht doch Spaß. Das ist noch etwas, das ich sehr, sehr gerne mache. Ein bisschen buddeln. Da bin ich wieder. Hallöchen. Was wird das? Ich mache das. Also die, die da einen Respawn haben, dass die da irgendwie voll eingesperrt sind. Das wäre so cool. Das wäre so lustig. Jetzt kann ich zum Beispiel hier diese Fackel hinstellen. Dann habe ich Licht. Sehe ich ein bisschen besser, wo ich grabe. Boah, das wird mega die Arbeit. Es gibt dann, später gibt es dann auch so irgendwie Bohrer, wo man dann gleich mehrere Blöcke miteinander abbauen kann. Also nicht jetzt so wie ich einzeln, sondern wirklich, ich glaube, vierer oder irgendwie noch grösser. Ich glaube, da benötigen wir dann Eisen. Da müssen wir noch ein bisschen arbeiten und uns verbessern in vielen, vielen Sachen. Ich mache es hier weiter. Ich mache jetzt da mein Loch irgendwie, damit wir dann auch unsere Sachen hier rüber umziehen können und uns schön einrichten können mit unseren geklauten Sachen. Dann macht das so eine unheimliche Dracula-Höhle oder ich weiß nicht. so, okay. Hat mich gefreut, dass ihr mit dabei gewesen seid. Gerne ein Däumchen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Natürlich ein Abo dalassen und die Glocke aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Auch kommentieren nicht vergessen. Da freue ich mich immer sehr. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020